Dann kommt Kreuzung und du stehst, du musst abwägen und überlegen, was du willst und wofür du gehst. Die bösen Geister und all die Fehler, immer wieder, kommt sie zurück, ist wirklich leichter, nein es wird schwerer, du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. Dein guter Hand teuer ist, du krankst raus und du wolltest mit, weil da nicht immer diese Stimme, die hilft dir so immer. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat, hör auf die Stimme, sie macht nicht lachen, sie will, dass du schabst, also hör was sie gesagt, hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme, sie macht nicht lachen, sie will, dass du schabst, also hör auf die Stimme, sie will, dass du schabst, also hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme, hör was sie dir sagt. Hör auf die Stimme, hör was sie dir sagt. Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme, sie steht nicht lachen, sie will, dass du schabst, also hör auf die Stimme. Das war nicht lachen, sie ist ein Hör auf die Stimme. Das ist ein Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme. tee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017